Willkommen liebe Leute, zurück zu Battlefield Hardline Multiplayer. Wir machen weiter, diesmal Eroberung groß und die sind schon ganz gut fortgeschritten, glaube ich, oder? Ja, ja. Mein weg, mein weg! Ah, Disco Teddy, Mann, hab ich dich erwischt. Vernichtet, sag ich euch. Vernichtet. Oh, hier freut sich schon jemand auf Mortal Kombat X. Ich mich auch. Das wird's auch bald geben, Leute. Gerade wenn der Part draußen ist, werde ich vielleicht sogar schon... Geil, Alter! Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Ich weiß nicht, wo die sein sollen. Sind die unter uns? Wo sind die ganzen Punkte? Ich wurde befördert. Wo sind denn die? Wo sollen die sein? Unter uns? Ich bin der mieseste Boss geworden hier. Jetzt hab ich's gesagt. Jetzt hab ich's gesagt. Jetzt muss ich beweisen, was ich kann. Oh, da hat er sich gelobt. Da hat der Affe sich schon wieder gelobt. Und stirbt direkt wieder. Oh, Mann, ey. Wann wird der Tag kommen, wenn ich mich mal loben darf? Zurecht mal loben darf und es überlebe. Darf nicht geschehen. Darf nicht geschehen. Da kommt direkt eine höhere Macht und sagt... Was machst du denn, Marcel? Du hast dich gelobt, du Schwanz? BAM! Direkt der Nackenklatscher. Carsten stahlen mir sich wieder. Nur, ich bin nicht Carsten Stahlen. Ich halte so einen miesen Nackenklatscher eines tödlichen Todes niemals aus. Ja, was war das denn jetzt? Hä? Was hab ich da getötet? Das hat sich nicht langen Schuss angehört. Das hat sich so angehört, als hätte sich... Als hätte sich jemand auf mich gesetzt und mir meinen Nacken mit seinen Eiern gekauelt. Ist ja ekelhaft. Teebeutel ist angesagt. Also, ihr könnt sagen, was ihr wollt, oder? Aber meine Startwaffe für die andere Seite ist einfach viel geiler durch die G36 als das jetzt hier. Als das Gebär hier. Wir müssen uns mal was Neues kaufen. Weg, geht weg, geht weg! Zack, hole dich wieder ins Leben ein. Weiter, los! Wie hat er hockt? Ich hab den nicht gesehen. 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 Jetzt beruhig dich, mein Kollege, okay? Beruhig dich jetzt einfach mal. So. Ja, ich hab den nicht gesehen Ich hab den nicht gesehen. Das Ding gehört jetzt dir. Werf sie noch, werf sie noch, ja, 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 die fliegt gut, die fliegt gut, bam, nicht einen mitgenommen, Jonas, 89, 89er Baujahr und dann machst du dir so ein Emblem rein, nein, ich wusste nicht, dass da ein MG drin ist im Auto und dann wäre ich da sitzen geblieben, natürlich, ich habe Panik bekommen, das ist auch mal jetzt woanders, das ist ja, Alter, wir werden ja zerstört, werden wir, jetzt hört mal auf, so eine Scheiße zu machen, Leute, war das einer von mir? Hilfe zählt als Kill, ach, da steht es sogar, ihr habt es mir ja geschrieben, falsche Ecke, Junge, falsche Ecke. Ihr habt mir ja geschrieben, dass ab 75 der Kill, äh, die Hilfe als Kill zählt. Und da steht es natürlich auch. Aber wir werden gerade gut fertig gemacht, oh Mann, Leute. ein kleines Abstaubere, ihr. Du bist du dran! Ach Manu! Manu! Ich weiß nicht wo ich spawnen soll. Da! Der kann ja gar nicht fahren. Ist der nicht gerade entkommen oder hat mein Kollege denn weggemacht? Oh nein! Oh Gott wir haben verloren. Die Folge ist zu kurz. Ich hab doch keine Lust. Ich will nicht. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Bleiben sie dran bei Sky5 News. Schauen wir mal jetzt gemeinsam hier rein. Soll ich mir die gönnen gleich? Oder die? Die MPX ist doch bestimmt auch ganz gut oder? Ich gönne mir mal die MPX. Mal gucken wie er ist. Mal gucken wie er ist. Zweites Gadget. Na gut. Okay los geht's! Probieren wir mal die MPX aus. Ich glaube da hinten an der Strasse. Am Strasse. Einer hat schon wieder angesehen. Die Granate muss sitzen. Okay dann halt einfach nicht. Nichts. Ich bin etwa an der Strasse. War doch nicht so gut. Nein h church. Ich kann die Hupke mal nicht lyn pelzats. Ei, 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 aua, aua, das tut weh. Ich werde jetzt eh gleich sofort sterben. Es kommt noch Energie. Oh Gott, wie schlecht. Ach, da hocken sie. Nils, hör doch auf Nils, hör doch auf. Irgendwie, ich muss noch ein bisschen mit der Waffe spielen, aber ich weiß ja nicht. Ja, natürlich, schießt er mir einen kleinen C und ich sterbe direkt. Ach, Mann. Niesen-Penis-Gesichter, alle. Ich zeige ja gerade echt meine Grimms-Slicer, ne? Wir müssen auf die Kamer aufpassen. Waffenwechsel. Abgehört nicht. So. Ich habe einen Verdächtigen neutralisiert. So. Ich werfe eine Granate. So. Ich habe schon zur Gesichter. So. So, habe ich dich doch noch abischt. Loser. Rein, hier, rein, 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 rein. Oh, scheiße, Mann, ich wollte dich retten. Oh, scheiße, Mann, ich wollte dich retten. Hey, hier ist der Medikin. Wir haben es eigentlich abgesehen. Ich gebe Feuerschutz, Jungs. Ich gebe Feuerschutz, Jungs. Ich gebe Feuerschutz, Jungs. Hier ist einer. Ach, du Scheiße. Oh, ich wollte es gerade, ich wollte Kunden wieder gerade sagen, es lag an der Waffe, es lag auch an der Waffe. Neue ist irgendwie scheiße. Wahrscheinlich habt ihr mir auch eine andere empfohlen, die, die teurere. Aber, ich habe nicht so viel Cash, Mann, ich habe nicht so viel Cash. Wir haben doch nur 200 gefehlt oder so, Mann. Aber ich wollte es ja immer nicht ausgeben, finde ich, aber vielleicht wäre es die beste Entscheidung gewesen, wer weiß. Ja, wie liegt der denn da? Kann man die Leute, die per Granate sterben, kann man die nicht wiederbeleben? Oder was war jetzt das? Da sind ja vor mir ein paar Leute verreckt. Hängt jemand in der... ...in der Wand. Geh doch weg jetzt. Alter, wurde er zusammengeschossen. Mach den doch weg, Jungs. Wie viel der wegwichst. Wie viel der wegwichst da oben, die kriegen den nicht weg. Ach Gott, Leute, ey. Hier ist der Medikit. Da draußen war jemand. Vorsicht, Panzer! Oh mein Gott! Scheiße! Bitte sehr! Hilfe mal jemand mit dem Kerl! Scheiße! Wir haben das Medikit. Oh mein Gott! Oh Gott, Leute, ich habe nichts mehr gecheckt, aber wir haben es gleich geschafft. Stopp! Oh Mann, die Rollen gehen gar nicht so lange hier irgendwie. Das ist doch... ...trotzdem eine große Lüste. Geile Sache. Wir haben schon wieder gewonnen. Und auf jeden Fall habe ich mir einen Teil dazu beigetragen. Das muss man ja mal sagen. Man darf ja nicht so viel erwarten von mir. Gut, Leute. Passt es dann doch gut, dass man das beides in eine Folge quetscht, glaube ich. Gut. Dank fürs Zusehen. Ihr wisst ja Bescheid, wenn ihr mehr sehen wollt. Lasst Feedback da. Und checkt auf jeden Fall mal gerne hier Facebook und Twitter von mir ab, Leute. Das ist einfach viel zu wenig los. Links sind in der Beschreibung. Alles klar. Haut rein. Tschüss.